Mach doch mal, Alex. Arc hat eine mobile Companion-App zu seinem Browser in der letzten Woche auf den Markt geworfen und ich wollte das erwähnt haben, vielleicht haben das auch schon viele Leute einfach mitbekommen, wer auf dem Arc-Browser ohnehin unterwegs ist, der wird vielleicht auch die anderen Ereignisse dieser Firma so ein bisschen verfolgen. Das ist eine Companion-App, das ist kein wirklicher vollwertiger Browser, so würde ich das mal ganz klar abgrenzen. Also was diese Companion-App macht ist, sie bringt deine Seitenleiste, die du im Browser auf dem Desktop hast, auf das iPhone. Du kannst schon Webseiten aufrufen, so ist es nicht, aber vor allen Dingen ist es dafür gedacht, dass du deine Bookmarks jetzt auf dem iPhone hast und dass du aus Apps vom iPhone heraus Bookmarks setzen kannst. Also wenn du beispielsweise in irgendeiner Read-Later-App, in irgendeinem Instagram-Whatever, in irgendeiner App einen Link hast, den du dir gerne merken würdest, dann kannst du den natürlich irgendwo hinspeichern. Du kannst ihn auch gleichermaßen einfach in deinen Arc-Browser auf dem Desktop setzen, wenn du den dann dort anschauen möchtest. Also dieses Link-Weitergeben an sich ist so eins der Hauptfeature in dieser ersten, ansonsten sehr kargen Version vom Arc-Mobile-Companion-Browser. Man kann Webseiten öffnen und es ist ganz nett umgesetzt alles mit den Wischgesten und es gibt eine Menüzeile, in der du wirklich auch Adressen eingeben kannst. Aber man muss es mehr als Companion-App verstehen. Du hast halt alle deine Spaces, hast du halt dort im Zugriff, das synchronisiert sich über iCloud, was nett ist und wie gesagt, ich hatte schon die eine oder andere Situation, wo ich einfach unterwegs war und dann dachte ich mir, okay, das musst du jetzt am Desktop irgendwie machen und dann setze ich mir diese Webseite halt automatisch auf den Mac, wo sie dann gekennzeichnet ist, auch mit so einem kleinen Mobile-Symbol. Und da kann ich sie dann aufrufen. Also ich kann sogar den Space aussuchen, auf dem sie dann gesetzt wird und man bekommt auf der Companion-App eingezeigt, welche Webseiten man so zuletzt aufgerufen hat, so wenn man, ja, also wenn man aus dem Büro geht und die letzten Webseiten, die man da so liest oder so noch weiterlesen möchte etc. Es ist eine nette Geschichte. Arc an sich ist halt so die eigentliche Geschichte als Browser dahinter. Wenn man, wenn man, wenn man den mag und sich den also nicht als Dev tut, sondern einfach so als Browser zum Verwenden, wenn man den benutzt und so ein bisschen auf das Konzept sich eingeschossen hat, ist vielleicht diese kleine Companion-App eine, eine nette Erweiterung. Sie, sie sind sich sehr bewusst über die Einschränkungen, die das sind und letztendlich einen Browser auf iOS zu veröffentlichen, selbst in 2023 ist halt so ein bisschen überflüssig auch, weil die Browser natürlich arg beschnitten sind durch Apple und das kann sich halt ändern. Die sind arg beschnitten. Die sind arg beschnitten. Du hast den Wortwitz gleich, sehr gut. Also das ist lustig, das kann sich halt dieses Jahr, nächstes Jahr kann sich das halt echt ändern und mich würde es halt nicht überraschen, wenn, wenn diese Hersteller jetzt irgendwie auch darauf setzen, dass irgendwer aus der EU hat diese, über die verschiedenen Acts, die es da gibt, diesen Markt aufbricht und sagt irgendwie, Apple muss andere Engines zulassen und, ähm, und dann sind plötzlich alle Browser-Hersteller oder so, die populären sind halt irgendwie gleich mit einer App dabei. Also es wäre für mich keine Überraschung, wenn das so der Hintergedanke auch ist, jetzt mal so eine Companion-App im Fall von Arc zu starten. Ich finde es wie gesagt nett, ist Arc begrenzt noch, du kannst irgendwie halt keinerlei Farben ändern oder sowas, was ich einfach nett finde an Arc, aber es ist eine nette Companion-App, sie ist nur auf iOS im Moment, genau, nur auf iOS, nicht mal iPad und sie ist mehr oder weniger ja eine Link-Schleuder, nicht wahr? Also du kannst halt da links rein und raus schieben und das Hauptgeschäft findet halt für Arc am Desktop weiterhin statt. Genau, also ich wollte darauf hinweisen, ich finde es ganz nett, aber es ist halt noch nichts Besonderes, man muss sich da, darf sich da vielleicht keine großen Hoffnungen machen, dass sie jetzt auch diesen Mobile-Browser irgendwie, als Mobile-Browser, diesen kompletten Markt irgendwie neu aufrollen und so, weil auf dem Desktop haben sie das so ein bisschen geschafft. Sie haben halt so eine gewisse Philosophie, mit der sie an die Sachen rangehen. Haben sie auch so einen Blogpost letztens geschrieben, so die Zeit, there's an App for that, ist irgendwie so ein bisschen vorbei, sondern alles sind irgendwie links heutzutage und die Dienste sind im Netz und es gibt eine andere Angehensweise an die Geschichten. Und dass sie Mobile verfügbar sind, ist, glaube ich, wichtig, weil Mobile musst du irgendwie dabei sein, auch wenn das so mit so einem kleinen Schritt im Moment nur stattfindet. Also das ist die Arc Mobile Companion App. Wenn ich Browser-Hersteller wäre, würde ich auch sagen, dass die Zeit von Apps vorbei ist. Aber gut, Leo, was gibt's? Ja, ich picke diesmal Arc Mobile, das ist eine Companion App für den gleichnamigen Browser. Man kann, es ist nur eine Companion App, das ist kein richtiger Browser. Nein, ich wollte die tatsächlich auch picken diesmal, aber einfach zu, weil sie ist erwähnenswert und Alex hat das, hat es schon alles zusammengefasst, die muss ich gar nicht mehr groß drumherum ausholen. Arc bleibt ein faszinierender Browser, weil sie einfach einen ganzen Berg anders machen. Ich würde noch nicht mal immer sagen besser machen, aber es ist einfach eine spannende Neukonzeption von vielen Sachen, die wir seit unglaublich vielen Jahren halt nicht mehr gesehen haben im Browser-Bereich. Also ich meine, wenn du zwischen Edge und Chrome und Firefox tanzt nochmal so ein bisschen außer der Reihe, und Safari hin und her springst, ist eigentlich Jacke wie Hose unterm Strich. Also ich meine, manches sieht ein bisschen anders aus, manches verhält sich natürlich anders und die Engines unten drunter arbeiten natürlich mitunter anders, aber die Browser-Oberfläche und wie du halt den Browser bedienst und handhabst und machst, das ist eigentlich alles identisch. Und bei Edge kannst du ja wenigstens auch mal anfangen, die Tabs auch irgendwie vertikal zu sortieren und so. Das ist lustigerweise, ist in der Form tatsächlich so, dass Edge sogar durchaus interessanter ist. Und Safari ist ja mit all seinen Ansätzen ja jetzt ein bisschen letztes Jahr ja ziemlich gegen die Wand gefahren. Und du kannst ja immer noch diesen Modus, pack halt die Menüleiste oder die Adressleiste und pack das halt so zusammen, dass du auch den Content in den Vordergrund stellst. Was ja lustigerweise ARC bis zu einem gewissen Punkt auch macht. ARC hat halt das clevere Ding, dass die ja sozusagen diese Adress- und Suchleiste wie so ein Overlay drüberpappen, sodass du es halt mit dem Tastenkürzel halt immer wie Spotlight oder wie halt ein Suchinterface halt aufrufen kannst und damit halt praktisch das kleines Betriebssystemchen im Betriebssystem halt ist, was der Browser ja sowieso ist. Und das finde ich ist da sehr clever und dass du ja diese Funktionen auch hast, dass du praktischen Tastenkürzel hast, mit dem du zwischen deinen offenen Tabs wechseln kannst, also mit so einer kleinen Bildvorschau, was du halt sonst der Command-App-App-Switcher ist, mit dem du halt in macOS zwischen deinen offenen oder auch in iPadOS zwischen deinen offenen Apps hinterher, hin und her switchst. Also was ja auch eine Funktion ist, die ich zum Beispiel extrem nutze und die ich halt in ARC auch extrem praktisch finde und nett finde zum schnellen Hin- und Herspringen. Also das sind schon viele, viele nette Sachen und die Spaces, die sind auch, manches muss man sich halt ein bisschen gewöhnen und umsortieren und dann findet man viele spannende Sachen. Und jetzt die Option zu haben, zumindest mal Links dann eben schnell halt hinzuzufügen über die Erweiterung, also über diese Sharing-Erweiterung ist halt einfach praktisch, weil dann hast du das genau, wie Alex schon gesagt hat, hast du halt am Desktop dann einfach, taucht auf und mit nett, mit sehr süßer kleinen Mobile-Markierung, also das ist schon liebevoll auch gemacht. Du merkst halt auch, dass da ein Team dahinter sitzt, was halt sich diese Mühe da reinsteckt und nicht einfach irgendwie so ein liebloses, weißt du, ich meine auch Edge zum Beispiel ist ein sehr liebloser Browser. Also es ist sehr grau und sehr, sehr lieblos. Aber das ist so ein Browser, der versprüht viel Charme an vielen Ecken und das ist schon ein nettes Ding. Vielleicht versuche ich es nochmal mit Arc. Die haben mich beim ersten Mal komplett vertrieben, das hat überhaupt nicht gefunkt. Ja, ich habe ja auch, das habe ich ja damals glaube ich erzählt, also ich war ja auch von dem Einstieg, dass die da das Vollbild, diese Vollbildanimationen und dann musst du einen Account anlegen und das waren viele Sachen, die mich auf macOS, die ich als absolutes No-Go bezeichnet hätte für einen Browser. Aber wenn man sich dadurch einmal das so zwei Augen zugedrückt hat und sich dadurch durchgeprimelt hat und das ignoriert hat und dann natürlich auch ein bisschen auf diese Spielart eingelassen hat, die sie halt vorgeben, da muss man glaube ich sich darauf einlassen, sonst hat man sowieso keine Chance oder sonst findet man halt einfach nicht zu dem Browser. Und dann hat es bei mir immer mehr, immer mehr Gefallen gefunden im Laufe der Zeit. Es ist jetzt immer noch nicht so, dass das jetzt mein neuer Standardbrowser im Moment schon geworden wäre, aber ich glaube, es ist nicht mehr allzu weit entfernt. Ich meine, da sind natürlich auch wieder Sachen, dass halt die ganzen Logins hast du dann wieder halt vielleicht, also bei mir zum Beispiel auch im iCloud-Schlüsselbund viel und da sind halt viele Hickhack dann unter Umständen noch dabei. Ein Browserwechsel ist ja auch immer so eine Sache für sich, aber es ist einfach ein cooles Stück Software. Also ich bin sehr froh, dass da ein bisschen Leben reinkommt. Und die iOS-App haben sie auch liebevoll gemacht mit den begrenzten Möglichkeiten, die halt ein Browser auf iOS im Moment halt bieten kann. Okay, gut.